Hallo und herzlich willkommen bei Klagemauer TV aus unserem Studio Karlsruhe. Ein Austritt aus der EU wäre rechtlich abgesichert. Es ist immer wieder erstaunlich, dass immer wieder behauptet wird, ein EU-Austritt sei nicht möglich. Das wird den Menschen offenbar über viele Kanäle vermittelt, entspricht aber nicht den Fakten. Der Austritt aus der EU ist im geltenden EU-Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auch Vertrag von Lissabon genannt, genau geregelt. So steht im Artikel 50 Absatz 1, jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der Union auszutreten. Absatz 2, ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht mit. Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem Staat ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen. Wobei der Rahmen für die zukünftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Das Abkommen wird nach Artikel 218 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ausgehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Union geschlossen. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. Absatz 3. Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine Anwendung mehr. Es sei denn, der Europäische Rat beschließt in Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern. Die Absätze 4 und 5 behandeln die Teilnahme an Sitzungen und den Wiedereintritt eines ausgetretenen Staates und sind hier nicht von Bedeutung. Obwohl es innerhalb der Europäischen Union einige Völker gibt, die sich durchaus mit dem Gedanken tragen, aus der EU wieder auszutreten, werden solche Mitteilungen von unseren Medien nur am Rande gemeldet, wenn überhaupt. Denn nicht nur in Schottland setzt sich ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung für die Unabhängigkeit ein. Auch in Österreich gibt es ein überparteiliches Volksbegehren zum Austritt aus der EU. Ihre Argumente hierfür lauten. Erstens, weil Österreichs Bürger nicht länger als Melkuh für die Rettung des Teuro- und der Bankenmisswirtschaft herhalten wollen. Immer höhere Milliardenzahlungen für Brüssel, das Fass ohne Boden, bedeuten eine kalte Enteignung der Bürgereinkommen. Stattdessen wieder ein Tritt in die funktionierende und sparsame EFTA zur Regelung der Handelsbeziehung. Zweitens, weil echte Neutralität jegliche Mitwirkung an einem Militärpakt wie der EU-Armee mit ihrem Nahverhältnis zur NATO ausschließt, siehe Schweiz. Zweitens, weil wir nicht Mitglieder der Atommacht-EU bleiben und für diese auch nicht weiter zahlen wollen. Eure Atomvertrag Viertens, weil das oberste Prinzip der EU der grenzenlose, völlige, ungezügelte Freihandel nur den Konzerninhabern dient, zum Schaden der Volkswirtschaften, Natur und Gesundheit. Folgen sind der Verfall der Löhne, Gehälter und Pensionen, Verlust der örtlichen Nahversorgung, Lebendtiertransporte über riesige Entfernungen, kein Einfuhrschutz vor genmanipulierten Substanzen. Fünftens, weil mit dem Lissabon-Vertrag der geltenden Arbeitsgrundlage der EU die wichtigsten Prinzipien jeglicher Demokratie, so zum Beispiel die Gewaltenteilung, ausgeschaltet wurden. Und weil nicht gewählte Kommissare die Gesetze und Vorgaben bestimmen, das EU-Parlament jedoch gar keine Gesetzgebungsbefugnis hat. Österreicher können das Volksbegehren unterstützen, indem sie die Unterstützungserklärung anfordern und ausfüllen. Den anderen wünschen wir noch einen schönen Abend. Was macht eine Regierung, meine Damen und Herren? Die gegen den Willen des Volkes Krieg führen möchte. Sie betreibt Propaganda. Das meint, sie verfälscht oder verschweigt gezielt Informationen und lenkt so das allgemeine Bewusstsein und somit die Meinung des Volkes. Es akzeptiert oder begehrt dann sogar Entscheidungen und Entwicklungen, die für die Gesellschaft schädlich sind und die es ohne die Propaganda weder gewollt noch hingenommen hätte. Wie viel Propaganda uns allein in den letzten Tagen über die Medien erreicht hat, ist kaum mehr zu überblicken. Wenn zum Beispiel EU-Kritik aus Bulgarien hierzulande verschwiegen wird, erleben wir eine Propaganda, die uns einflößt, dass wir mit unserer Kritik wohl alleine dastehen und falsch liegen. Oder wenn Medien und Regierungen die Inflationsrate auf 1-2% angeben, obwohl sie im Lebensalltag weit höher liegt, dann ist auch das Propaganda, um den Bürgern weiszumachen, dass alles in Ordnung sei. Weil man so unendlich weiter aufzählen könnte, gilt es genau hinzuschauen. Denn es muss ein für alle Mal aufhören, dass wir unser Verhalten durch Propaganda und Falschinformationen beeinflussen lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, laut einer EU-Definition für den Sozialkundeunterricht in der 9. Klasse ist zum Beispiel die EU ein Zusammenschluss demokratischer europäischer Staaten, die sich der Wahrung des Friedens und dem Wohlstand verschrieben haben. Inwiefern diese Definition der Realität entspricht, können wir anhand des vorhin genannten Beispiels der Propaganda gegen EU-Kritik aus Bulgarien prüfen. Denn in Bulgarien zeigt die EU ihr wahres Gesicht. Im bulgarischen Volk wächst die Unzufriedenheit über die eigene Regierung. Bulgarien hat die niedrigsten Renten und Stipendien in Europa. Produktionsbetriebe, die der EU-Norm nicht entsprechen, sind stillgelegt. Die Landwirtschaft ist zerstört, weil die EU Standards eingeführt hat, die der natürlichen Landwirtschaft Bulgariens nicht entsprechen. Der Tourismus ist die einzige genehmigte Entwicklungsbranche Bulgariens. Was aber erwartet ein Land, das voll von Museen ist und NATO-Stützpunkte hat, aber keine eigenen Produktionsbetriebe. Denn trotz alledem nickt die Regierung gehorsam zu allen EU-Regelungen. Deshalb ging am 21. Juni 2014 die Menschen im Zentrum Sophias auf die Straße. Einige hundert Demonstranten waren umschlossen von einem gewaltigen Polizeiaufgebot, sowie Polizeifahrzeugen und Extrabussen mit Beamten des europäischen Geheimdienstes Eurogent vor. Sehr geehrte Damen und Herren, warum wird uns die EU-Kritik aus Bulgarien hierzulande verschwiegen? Ist das die EU, die angeblich gegründet wurde, um den Frieden, den Wohlstand und die Demokratie zu wahren? Sehr geehrte Damen und Herren, verbreiten Sie diese Sendung bei all Ihren Freunden, Bekannten und Verwandten. Dass auch diese die Möglichkeit bekommen, sich ihr eigenes Bild zu machen und nicht unwissende Opfer der laufenden Propaganda bleiben. Vielen Dank. Wir sind die Borg. Lower Ihre shields und surrender Ihre ships. Wir werden unsere eigenen und technologischen Geschichten zu geben. Ihre Kultur wird adaptiert, um es zu uns. Resistance ist futon. Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass man davon nichts hört. Und da muss man schon sagen, erkennt man eine Gleichschaltung der Medien dabei. Das kann ja nicht so von ungefähr sein, dass eine so wichtige Sache völlig unter den Tisch fällt. Eurogent 4, die Europäische Gendarmerie Force, die existiert ja noch nicht lange. Es ist 2003 eigentlich erst einmal vorgeschlagen worden von französischer Seite. Und wurde dann, es gab zwar schon eine erste Übung 2005 und dann 2006 war das Ganze auch umgesetzt. Seitdem existiert diese paramilitärische Geheimtruppe, die im Prinzip in der Lage ist oder in der Lage versetzt wurde auch von der EU, dass sie überall eingreifen kann, wenn eben im Inneren Unruhen entstehen. Also natürlich in Krisenzeiten, auch gerade wenn wir von der Wirtschaftskrise sprechen, das eine kippt ja schnell ins andere über. Und von daher soll es natürlich laut den Statuten dann dienen, dem Schutz der Bürger, der Bevölkerung und der öffentlichen Sicherheit. Nur zum anderen kann es eben sehr schnell gegen die Bevölkerung gerichtet werden. Und es ist einfach so, dass man dann sich eines Tricks praktisch bedient. Dass man sagt, gut, wir können ja nicht die Armee des Landes im Prinzip gegen die eigene Bevölkerung aufmarschieren lassen. Also haben wir hier diese Spezialtruppe und die kann das dann übernehmen. Und dann natürlich ist es Definitionssache, sozusagen ab wann eingegriffen wird, ab wann eingeschritten wird. Das ist ja auch nicht völlig klar und das wird dann auch im Einzelfall besprochen. Und auch jetzt angesprochen Griechenland. Hier sind natürlich entsprechende Auflagen jetzt dazu gekommen, die vom Land erfüllt werden müssen. Die Bürger spüren das natürlich. Aber wie weit entwickelt sich das, wie geht das? Die Urgent 4 steht sozusagen in der Reserve, die ist da, die wartet, für den Ernstfall eingesetzt zu werden. Und die Legitimation hat natürlich immer der Mächtige. Und auch übrigens die Urgent 4, ich meine, die kann natürlich dann auch, es wird dann das nationale Recht ausgehebelt. Die greift ein, es gilt zwar das nationale Recht weiterhin, aber sie können dann zum Beispiel eben auch nach Ermessen handeln. Und beispielsweise alle Gebäude, die sie besetzen, genießen Immunität, Plätze, alles immun. Und von daher also, es ist wirklich so, dass einfach das als EU-Recht sozusagen dann gilt. Und daran haben sich alle anderen dann zu orientieren. Wir gehen zum Thema Jenks. Wir gehen uns um wieder. Wir gehen uns um wieder. Wir gehen uns um eine trodene Wache. Wir gehen uns um die Vorsche, um ein Prozentills. Oder wird dann wie sicher sia dai eins. уш- und zwart auch, wo ich es ist für uns da. Wir gehen uns um ein bisschen heims. Bei uns wie es uns!